Eingabestift S-Pen am Beispiel des Samsung Galaxy S21 Ultra. Mach Dein Galaxy S21 Ultra zu Deinem digitalen Notiz- und Zeichenbuch und bearbeite Fotos und Videos präzise. Dafür und für weitere Steuerungsmöglichkeiten ist als Zubehör der Eingabestift S-Pen erhältlich. Einzeln oder zum Beispiel auch zusammen mit dem Smart Clear View Cover, in das er eingelegt werden kann. Stelle vor der ersten Verwendung sicher, dass unter Erweiterte Funktionen der S-Pen aktiviert ist. Nun kannst Du den S-Pen wie Deine Finger zur Bedienung verwenden. Verwende den S-Pen in der Samsung Notes App, um handschriftliche Notizen oder Skizzen zu erstellen. Es lassen sich auch Textstellen präzise markieren. Oder Du verwendest die PenUp App, um zeichnen zu lernen oder eigene Kunstwerke zu erschaffen. Der S-Pen verfügt auch über eine Taste. Hältst Du den Eingabestift über das Display, dann öffnen sich durch Drücken der Taste die S-Pen-Befehle. Hier kannst Du zum Beispiel schnell zur Übersetzungsfunktion gelangen oder einen Screenshot erstellen und diesen mit Notizen versehen. Schau Dir auch die Videos zum Thema S-Pen, Samsung Notes, S-Pen-Befehle oder PenUp sowie unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema Smartphone an.